Seid gegrüßt, ich heiße Finn und ich bin ein stolzer deutscher Schäferhund und genauso stolze zwölf Jahre alt. Ich bin ein freundlicher und dankbarer Hund und schätze auch die kleinsten Aufmerksamkeiten. Da ich ein Cauder Equina-Syndrom habe, freue ich mich über einen Lebensbegleiter, der mich mit meinen physiotherapeutischen Übungen fit hält. Einen großen Menschen, der mir Schutz und Wärme schenken kann, da ich als Kuschelhund ebenfalls viel zurückgeben möchte.